Krampen schießen, Kapitel 3, 8. Juli 2017, Vesele. Natürlich, auch im Westen nichts Neues. Ma hat einmal gesagt, wenn du was Neues willst, schreib erst mal das Alte auf, notiere deinen ganzen persönlichen Schmodder. Nichts Neues also, außer rein äußerlich, wo ich seit heute 17.07 Uhr zu persönlichem Forschungsvorhaben, oha, im Westen bin. Noch nicht im Übersee, noch nicht auf dem Mars, aber immerhin in Burgund, der Wiege des frommen Mittelalters, mit den Hügeln des Weins, den Brutstätten ketzerischer Gedanken und literarischer Flächenbrände. Frau steuert auf ihren Maß dazu. Hallo, wer knurrt da? Es wurde auch Zeit. Wer raunt da, dass ich mit Ü26 nicht gerade die Schnellste bin? Also, ich verwahre mich, habe die Zeit mit wichtigen Lebensproben gefüllt und gebe gerne Details. Wie? Man will sie nicht, weil eben doch alles beim Alten ist. Miri, Schätzchen, täuscht dich mal nicht. Wir führen jetzt Tagebuch. Wir schaffen's, dass auf der neuen Tapete nicht nur die alten Muster sind. Ich weiß, wir leiden an innerem Stillstand, an einem diffusen, schattenhaften, sich jeder Benennung Entziehenden auf der Stelle treten. Wegen dieser unklaren Pünktchen am Horizont, von denen wir fürchten, dass sie grüne Männchen sind, deren Sprache wir nicht verstehen, weil wir knapp daneben blaugrün sind. Nichts schlimmer als halbe Verwandtschaft der Farbe. Alles gleichzeitig zu fremd und zu nah. Hat Madame Miri zum Beispiel ein Bindungsproblem. Sie, die ein Tätertät ungerne ausschlägt. Und danach meist gelassen geht. Aber, ich flüstere es uns leise am Läppchen vorbei in die Muschel des Ohrs, Da gibt's eine altmodische, kitschige, revanchistische, kontrarevolutionäre, atavistische, paradiesapfelpeinrote Sehnsucht nach wahrem Liebesglitzern. Und weiß der Erzengel, warum er für mich seine Lanze noch nicht gebrochen hat? Oder hab ich's vergessen? Das nur zum Beispiel. Zeit, also was anders zu machen. Schritt 1 Jetzt wird er aufgeschrieben. Mein Schmodder und Oberschmodder. Wird geschmeckt, durchschwommen, durchtaucht. Schritt 2 Ich jammre, beichtle und sentimentalisiere nicht. Schritt 3 Wahrheit und Dichtung. Dies heißt, ich mach mir ein Spiel daraus. Ebenfalls 8. Juli 2017 Und falls einer, eine natürlich auch, mein Logbuch hier in die Hände bekommt, Es gibt euch, naseweise Vampire, die sich an fremdem Wortblut nähren, Euch, denen die Gier aus den Läfzen tropft. Lesende aller Nationen, ich sage euch, dies hier ist geheim. Und zu meiner Sicherheit werde ich den Braten mit Fettstückchen, Gift und Gallischpicken, Mit Übertreibungen, Verbiegungen, Schönredungen und Mist. Nur ich weiß, woran ich Einsprengsel, Fremdkörper und aus Sparsamkeitsgründen verwendete Restposten, Mein Schmuggelgut also erkennen werde. Dechiffrierungsversuche aussichtslos, hier waltet die Willkür. Ich dekoffiniere euch, bis ihr aufhört, richtig und falsch unterscheiden zu wollen, Bis ihr am irren Vergnügen findet. Denn, wenn du dem Augenblick ins nackte Auge blickst, werden die Augen dickst. Ist gleich groß, weit, erkenntnisträchtig, 3Dig, non-focusing, leer. Und du, let's hope, bist erlöst. Eben ebenfalls 8. Juli 2017. Genug vom Herumdrücken und Haken schlagen, genug. Miri piri, du schissrige, dein Tagesrückblick, fang endlich an. Go and stop auf der Autobahn. Mautstationen, ihr macht mich nervös. Kann ja sein, ich reite den Gaul in die falsche Box hinein. Da nur Kreditkarten, dort nur Bargeld. Und hier können sie nur mit ihrer persönlichen Liberty-Box passieren. Bitte was? Aber du kannst aus der Zahlspur auch nicht mehr zurück. Hinter dir schon 5 drängelnde Pferdehalter, die solch ein Wunderkästchen besitzen und deshalb von freier Fahrt ausgehen. Stress! Die Strecke zog sich. Drei längelnde Stunden allein bis Verdun. Hinter der Grenze hauptsächlich Felder und Vieh. Schwarz-weiße, braun-weiße, schloh-weiße, unweiße, weil braune Kühe. Würde man sie hintereinander stellen, reichte die Schlange von M.A. bis, sagen wir, Lourdes. Dort gibt es ohnehin Schlangen. Freude getränkter auf der Landstraße ab Treues, wie die Tuss auf dem Navi sagt. In Toner kurz Halt gemacht. Es hatte zu regnen begonnen. Ich stand unter der Überdachung der Vostianen und sah zu, wie die Tropfen in ihren genial schönen Wasserschlund tropften, der schon einige Taucher das Leben kostete. Im Eingang des Hotels daneben beschrieben. Auf den Höhen hinter Tee dampften die Ehrenfelder. Eine Wolke von süßem Mais mit einer Prise Vogelkacke schob sich durchs offene Autofenster. Am Quelltopf von Tee hatte es stechend nach Pisse und Kot gestunken. Das Pisschen-Vogelkacke jetzt war dagegen ein Klacks. Ich machte sogar beide Fenster auf. Und später roch der Straßenasphalt auch erquicklich nach aufgebrochenen Erbsenschoten. Keine Ahnung, woher diese Assoziation. Ich musste ans Gefühl nach einer heftigen Grippe denken. Neu geborene Kraft. Klar, das Land hier lag auch zwei, drei Wochen im Fieber. Mein Wetterbericht hatte von Tagen mit beinahe 40 Grad Celsius erzählt. Näher zu Wessele hin dann Stoppelfelder, deren Zeitlosigkeit man riechen konnte. Ich noch mit Knoblauchfahne. Von der Packung Weinblätter, die ich in Tee gegessen hatte, sollten an sich für die nächsten Tage sein. Aber als um die Häuser von Tee dieser französische Mittagsessensduft wehte. Die Stoppelfelder. Sie servierten ein Zeitlosigkeitstimbre, das sich den Weg sogar durch das Knoblauchflair bahnte. All die Domates nie wieder, soll haften für alle Ewigkeit. Zur Haftung, Haftmarker hier, an den Seitenrand Haftellen. Endlich der Hügel, das Tier. Die Sphinx mit der Basilika wie einer wuchernden Krone auf dem Haupt. Eine Froschkönig-Geschichte. Leibhaftiges Bild für die Einverleibung von alten kultischen Plätzen durch Christen. Da sieht Miri Masterlein gleich mal die Sauerei, über welche sie forschen wird. Ach, bist irgendwie gnadenlos drauf. Willst die Peinlichkeit überdecken, dass du jedes Mal ungebrochen und ununterbrochen hin und weg bist von diesem Anblick. Was soll das noch werden, Mädel, wenn dein Verstand so emotional durchsetzt wird? Ich, nichts wie mit dem Auto die steile Hauptstraße zwischen den Häusern hoch. Vorbei an den bunten Antennen, Hörrohren, Trichtern, Atomisierspeichern, Trafostationen, Mutationsmaschinen und Samenspeiern der Stockrosen. Irgendwann zählen, weißt du wie viel und so. Auf dieser Abschussrampe weiter ganz hoch. Oben Explosion. Weil fulminantes Portal, New Space, Strudelhäutung, Paralleluniversum, 75. Dimension. Kapitel 4 1940 bis 1945 Transkription meiner stenografischen Aufzeichnungen 9. Mai 1940 Um 13.30 Uhr Alarm Das heißt, wir marschieren in neutrales Land ein. Was denkt man jetzt alles? Was werden die Zuhause alles mittragen? Als ich mich von den Gastleuten verabschiedete, übermannte mich für einen Augenblick die Erregung, ich konnte meinen Schmerz nicht ganz unterdrücken, bat Gott um Stärke. 10. Mai 1940 Einmarschbefehl nach Luxemburg Es heißt, bis Mittag wäre die Grenze erreicht. Wir gehören zur Marschkolonie C. 8.23 Uhr den vom Lagerkorps befohlenen Abmarsch verlesen. Ein Sieg heil vergesse ich auszurufen. Um 15.30 Uhr überqueren wir die luxemburgische Grenze. Eine Brückensperre wird weggeräumt. Die Bevölkerung zeigt keinerlei Freundlichkeit. Nirgendwo Militär. Unsere Kolonnen an Panzern und Radfahrzeugen hingegen, so das Gerücht, reichten von hier bis an den Rhein. Wir Infanteristen tragen dabei die Hauptlast des Kampfes. Morgen sollen wir laufen und laufen und die motorisierten Truppen vor und nach uns werden die Herren spielen. 12. Mai 1940 Um 5 Uhr neben meinem Burschen auf dem blanken Boden steif und kalt aufgewacht, nicht gewaschen, mit schmutzigen Händen Brot gebrochen. Um 6 Uhr Abmarsch. 15 Kilometer stoßweise am Straßenrand weiter bewegt. Zwei Panzerdivisionen werden an uns vorbeigeschoben. Und heute ist Pfingsten. Wenn sich fremde Zungen verstünden. Wie wird es jetzt zu Hause sein? Soeben die Nachricht. Fünf Tage Briefsperre. 13. Mai 1940 Pfingstmontag In einem Ehebett geschlafen. Die Familie geflohen. Mein Bursche im Kinderbett daneben. Die Dörfer fast ganz verlassen. Schon haben unsere Soldaten alles durchsucht, obwohl Beutemachen streng verboten ist. Man schämt sich. Weiche und fette Weiden, aber die Kühe darauf schreien und brüllen vor Schmerzen, weil sie nicht gemolken werden. Auch herrenlose junge Pferde, ein Füllen, etwa einen Monat alt, zusammen mit dem etwa zweijährigen Bruder ohne Mutterstute. Leid auch für das Vieh. Wehe den Schuldigen. Später wieder das Bild brüllender Kühe. Kälber finden nicht mehr ihre Mütter, irren umher, wieder ein verlassenes Fohlen. Die Mutterstute war am Morgen von einer militärischen Einheit eingespannt worden. Nun versuchen unsere Leute, das etwa acht Tage alte Tier mit Ziegenmilch zu ernähren. Was wird sein Ende sein?